Ich zerstöre feindliche Luftschiffe. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Let's Play Battlefield 1, die Kampagne. Wir fliegen jetzt und müssen diesen Angriff starten. In der letzten Folge haben wir ja einen Testflug gemacht und haben dann ein deutsches Munitionslager oder so entdeckt. Oh, scheiße, schießt uns wieder auf uns. Wir müssen jetzt die Luftschiffe zerstören. Was ist hinter mir? Scheiße, abdrehen! Dann klöpfen wir uns mal den hier vor. Zu weit weg. Ich repariere mich mal. Aber wir haben schon wieder was hinter uns, oder was? Ja, immer hinter uns. Kann man hier keine Rollen drehen? Scheiße, da haben wir uns versaut. Zerstöre die feindlichen Luftschiffe. Ja! Feuer! Schieß doch auf den, der hinter uns ist! Ich sehe sie! Wir müssen sie schnell außer Gefext setzen. Neues Einsatzziel. Zerstöre feindliche Flugabwehrwagen. Okay, wo sind denn die Ratten? Immer Torpedos. Äh, Torpedos. Raketen. Rau! So, da sind noch welche. Und weg hier! Oh, scheiße! Scheiße! Ihr Ratten! Oh, nicht getroffen! Kann ich hier irgendwie die Perspektive wechseln? Nee. Das konnte man doch in Battlefield 4, oder nicht? Ach so! Scheiße! Dreh ab! Hoch! Hoch! Flieg! Ich reparier mich mal. Flieg! Oh, die scheiß Bäume! Er kann rückwärts fliegen hier. Oh, nee! Ist das noch niemandem passiert hier? Oh, Infantrie! Ah, da sind ja unsere Truppen! Oh, jetzt kommt... Ja, Leute, da sind wir richtig gescheitert hier. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich reparier mich noch mal. Das bringt gar nichts hier. Ui! Was will der denn von mir? Kamikaze-Jäger. Ja, hier kommen wir wohl nicht mehr hoch. Ja? Ja, Leute, da hilft alles nix. Kontrollpunkt. Fail 5000. Wir müssen Sie schnell außer Gefecht setzen. Neues Einsatzziel. Zerstöre feindliche Flugabwehrwagen. Ja, okay. Und hochziehen. Nicht getroffen. Doch, einen haben wir erwischt. Hinter uns ist einer! Dreh ab, Luke! Dreh ab! Schnell weg hier! Alter, die Schweine! So, wo sind hier die anderen Wagen? Hier sind noch welche. Ah, schnell weg hier! Was ist das denn durcheinander hier? Ach, scheiße! Hat er die Raketen nicht eingestellt? Einsatzziel abgeschlossen! Was für ein Sturzflug. Oh, schon wieder was hinter uns. Zu Befehl, Wilson! So, ihr Ratten! Da ist noch einer. Da ist noch einer. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht! Zum Glück kann ich kein Teamkill machen hier. Ja, ich arbeite dran. Ich kann auch nicht hexen. Der lebt noch. Ja, der kommt auf die Liste. So. Scheiße. Oh, ich muss mich reparieren hier. Nein, er hat ihn noch erwischt. Da hängen wir uns hinterher. Ja. Los, eins, noch hier. Attackiere feindliche Jäger. Bis die nächste Welle kommt. Die Krauts haben wohl unendlich viele Jäger. Was? Du entkommst mir nicht, du Schwein hier. Ja. Ah, überhitzt. Gas geben. Scheiße. Wo ist die Ratte? Da ist er. Ja, du gehörst niemals wieder heimkehren. Jo, den haben wir es gegeben. Wo ist der? Scheiße. Denn man muss den nicht... Oh. Nein, nimm mal den. Oh, sind das viele. So, einer weniger. Noch einer weniger. Ja. Scheiße. Das war der letzte. Du Ratte. Du Ratte. Den haben wir noch jetzt, als er sich erwischt, glaube ich. Den auch. Hast du das gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Sogar in HD. Okay, Bomben sind abgeworfen. Neues Einsatzziel. Attackiere feindliche Jäger. Okay. Von da hinten kommen sie. Ich repariere mich mal. in Position. Dieser Wagen werden unsere Bombe vernichten. Was für ein Wagen. Komm her, du Ratte! Oh, der ist gut, was? Oh, ich hab einen hinter mir. Die, die packen wir uns. Du Arschloch. Ja, eskortieren! Neues Einsatzziel. Wir schützen die Bombe-Formation. Der Wagen sieht immer noch da unten. Dreh ab, wenn es geht, dann erledigen wir sie. Ja, so, jetzt müssen wir mal hier. Scheiße, muss ich nachladen hier. Abdrehen! Gas geben. Geh hoch! Einer weniger. Da ist noch einer. Noch ein weniger. Ich hab was hinter mir. Reparieren. Feindbe-Schuss! Ja, ist mir aufgefallen. Danke. Feindbe-Schuss! Ja, hat sie. So, was ist das hier für einer? Attackiere feindliche Jäger. Ja, zu Befehl. So. Das werden gar nicht weniger. Ja, ich arbeite dran. Den packen wir uns. Ja, wir haben ihn gekriegt. So, da unten ist der Nächste. Wo ist der? Scheiße. Da ist Reiner. Anvisiert! Feuer! Feuer! Treffer und versenkt! Da ist noch einer! So. Dann repariere ich mich nochmal. Oh oh. Unsere Bomber, da sieht es nicht mehr so gut aus. Da ist noch einer. Da ist noch einer! Ne, der ist... Oh scheiße, da kommt eine nächste... Was? Eine nächste Welle? Was? Ich will auch mal hier raufschießen. So. Ui. Ja, alles geht kaputt. Scheiße! Wir sind gekommen! Ich schaffe das! Festhalten! Der Vogel war hinüber. Er hatte seine Nase ins Niemandsland gebohrt. Einige hundert Meter von der Stelle entfernt, wo ich gelandet war. Wilson, der arme Kerl, war nicht mehr rausgekommen. Ich für ihn. Ich hatte ganz andere Probleme. Ich habe ganz andere Probleme. Na toll, Wilson ist tot. Du hast es ihm versprochen, du Penner! Ich mag den Charakter nicht. Hast du was gesehen? Das ist mir egal! Hast du das verstanden? Das ist mir egal! Kapiert! Oh, scheiße, ist das kalt! Ich sag dir was! Nur wenn ich das Beste für unser Land will, bestraft mich der Hauptmann ständig! Was ist daran falsch, hä? Dein Geschwätz bringt uns nach oben! Oder vor's Kriegsgericht! So, ich kann mich noch nicht bewegen! So, ich kann mich noch nicht bewegen! Meine Füße sind eiskalt und der ganzen Scheiße sind wir in der Tür! Patrouille, Patrouille, Patrouille! Das nervt langsam! Rede mit einem, den ein Geschwätz interessiert! Ich kann's nämlich nicht mehr hören! Das ist dermaßen langweilig! Ich kann mich nicht bewegen! Ist das ein Bug hier, oder was? Verdammter Hauptmann! Ich bin an mir die Scheißarbeit! Du bist ja der primierendste Mensch in der Tür! Dann beende ich die Folge an dieser Stelle! Und in der nächsten Folge geht's dann mal wieder auf den Boden weiter! Und mal sehen, ob Wilson... Ja, Wilson ist wahrscheinlich wirklich gestorben! Oder vielleicht war er doch im Flugzeug, hat sie überlebt und wurde gefangen genommen! Ich mein, haben wir es mir bei ihm versprochen, wieder nach Hause... Dass wir ihn nach Hause bringen und so'n Zeug! Also, ich würd mich freuen, wenn du am nächsten Mal wieder dabei bist! Bis dann! Ciao! Ciao! Ciao!